Ich bin Petra Schwarz, habe mein Leben lang Radio und Fernsehen gemacht, moderiere auf Bühnen Veranstaltungen, bin Coach und Autorin. Seit 1981 betreibe ich das und davor habe ich an der Humboldt-Universität in Berlin Kulturwissenschaften studiert, mit dem Nebenfach Musikwissenschaft. Und als ich das studierte, geriet ich in den Oktoberclub und wenn man im Oktoberclub Musik macht, ich war Flötistin dort, dann hat man unweigerlich mit dem Festival des politischen Liedes zu tun gehabt, dem größten Kulturfestival der DDR. Und also hatte ich auch wieder unweigerlich natürlich mit Lateinamerika zu tun. Wir hatten immer wahnsinnig viele gute Künstler aus Lateinamerika beim Festival des politischen Liedes, immer im Februar zehn Tage lang alle großen und kleineren Häuser in Ost-Berlin haben wir da bespielt. Und so die lateinamerikanische Kultur spielte immer eine sehr, sehr große Rolle und natürlich auch Chile. Und insofern hatte ich sowohl als Organisatorin des Festivals als auch als Moderatorin eben auch als Hörfung und Fernsehfrau immer damit zu tun, weil ganz, ganz viele Veranstaltungen wurden auch von Radio und Fernsehen übertragen. Ich war damals, wie gesagt, noch nicht dabei, bin dadurch dann zum Rundfunk und Fernsehen gekommen. Aber die Zeit erinnere ich dann schon ziemlich genau noch. Davor, so in meiner Schulzeit, als der Putsch war, 1973, da war ich 15, knapp 16 und da habe ich ehrlich gesagt keine detaillierte Erinnerung dran. Ich war in Erfurt an einer EUS, an einer erweiterten Oberschule. Dort gab es auch Single-Clubs und da war ich irgendwie auch dabei, aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber wie gesagt, dann so ab ja Studienzeit, ab Mitte der 70er Jahre, ab 76, 77 hatte ich eine Menge damit zu tun. Und wenn ich 1976 sage, da muss ich sagen, habe ich eine ganz, ganz klare Erinnerung an einen Abend im Palast der Republik. Da haben wir für die Freilassung von Louis Covalan gekämpft, also unsere Solidarität gezeigt und wir hatten extra dafür ein Lied gemacht. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied Was wollen wir trinken? von Bots, eine holländische Gruppe, sehr, sehr populär damals. Und wir haben auf diese Musik einen neuen Text gemacht und der hieß So wollen wir kämpfen. Und das Interessante an der Geschichte war, und ich weiß es deswegen so genau, weil ich war gerade neu aus Erfurt kommend in Berlin angekommen, gerade so 18, 19. Und das Lied war so aufgebaut, dass das Vorspiel des Liedes drei Strophen und drei References hatte. Und dann kam das eigentliche Lied mit drei Strophen und drei References. Und jetzt kommt's. Die Querflötistin, in dem Falle ich, hatte eine Strophe und ein Refond ganz alleine zu spielen. Auf der Bühne des großen Saales des Palastes der Republik, dort passten ungefähr 3000 Leute rein. Und das war schon ganz schön aufregend für damals, also so 18, 19 wie gesagt. Aber ich war eine ausgebildete Flötistin, sollte mal eigentlich auch Musikerin werden. Und das war an sich für mich kein Problem. Und trotzdem erinnere ich es noch sehr, sehr genau, dass das eine sehr emotionale Geschichte war, schon, weil ich da so alleine so lange am Anfang gespielt habe. Aber natürlich auch der Hintergrund. Wir hatten ja, heute würde man vielleicht auch sagen, eine Mission. Wir versuchten etwas zu tun dafür, dass Luis Corvalan freikam, der ja im Rahmen des Putsches auch verhaftet worden war. Und ja, das ist so eine Erinnerung, die ich mit Chile und mit der chilenischen Kultur und mit dem ganzen Umfeld habe. Und dann war natürlich bei den Festivals des politischen Liedes immer viel, viel Kontakt. Ich als Journalistin, dann später sowieso, aber eben als Organisatorin auch. Und ich habe mich jetzt in Vorbereitung dieses Gesprächs daran erinnert, dass ich mal, ich glaube, es war Sergio Ortega, der im Rahmen einer Veranstaltung, die ich mit organisierte, die hieß Musik und Politik. Und da ging es eher so um moderne, neue Musik, denn das brachte das Festival auch. Insofern war dieser Name Festival des politischen Liedes genau genommen zu eng, denn wir machten alle möglichen musikalischen Formen. Und in einer dieser Veranstaltungen Musik und Politik im Berliner Ensemble, da war irgendwie die Flötistin in dieser chilenischen Gruppe ausgefallen. Und ich bin eingesprungen. Und was soll ich euch sagen, die haben mich als Dank überrascht, indem sie mir ein Kleid geschenkt haben. Und das sind dann auch so die, ja doch die sehr emotionalen Erinnerungen. Erstens natürlich an den Auftritt. Da war einer so gestandenen chilenischen Gruppe mit Sergio Ortega mitzuspielen. Und auf der anderen Seite zu sagen, ey, und übrigens ab jetzt trage ich auch immer das Kleid. Es ist nicht das hier, es ist ein anderes. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist schon dafür zu lange her, das ist längst zerschlissen. Aber ich habe es über Jahre geschleppt, so kann man sagen. Und es war für mich immer eine Erinnerung. Immer an diesen Moment, an diesen Abend, wo ich als Flötistin dort in der Gruppe eingesprungen war. Ja, das ist auch so eine ganze emotionale Erinnerung an diese Zeit. Ich habe dann ab 1981, da ich bei DT64 Musikjournalistin war, eine Sendereihe gemacht, die hieß Songs, Lieder mit Grips. Also der Titel sagt schon, das waren jetzt nicht Popsongs, die da kamen, sondern eben mit inhaltsreichen Texten. Und dort habe ich Künstler aus der ganzen Welt vorgestellt. Eine, glaube ich, zweistündige Abendsendung. Zu 100 Prozent weiß ich es auch nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Aber es gab die Sendung Songs, Lieder mit Grips. Und dort habe ich auch eine Menge lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, auch chilenische Gruppen. Und das Besondere war, was es heute kaum noch gibt, soweit ich das überblicke, dass wir wirklich jede Textzeile, die da gesungen wurde, auch übersetzt haben ins Deutsche. Damit die Leute, die es gehört haben, wissen, wovon da die Rede ist, wovon singen die da auf der Bühne. Damit wir was von deren Leben wirklich mitkriegen und nicht nur schemenhaft eine Ahnung haben, worum es da vielleicht geht. Also das war eben auch zehn Jahre lang, bis 91 war ich bei DT64, habe ich solche Sendungen immer wieder gemacht und hatte tolle Begegnungen mit richtig wahnsinnig tollen Künstlerinnen und Künstlern, natürlich auch aus Chile mit Inti Mahini, mit Kila Payun, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern aus Chile. Na ja, und dann gibt es noch so eine ganz aktuelle Erinnerung, weil genau vor zehn Jahren, 2013, haben wir bei dem Nachfolgefestival des politischen Liedes, das hieß dann als Festival Musik und Politik. Es war dann in dem Fall sogar schon das 14. Festival Musik und Politik, weil wir haben sofort nach der Wende damit angefangen. Und da haben wir 2013 unter anderem einen Schwerpunkt Chile gemacht. Warum? 40 Jahre Putsch, ganz klar. Und da gab es überhaupt gar keine Frage, dass wir da einen großen Schwerpunkt machen. Und ich weiß noch, ich habe ein großes Konzert organisiert im Maxim-Gorki-Theater. Da waren die alten Herren dann inzwischen von Kila Payun, die kamen aus Paris, die leben ja schon seit Jahrzehnten in Paris. Die sangen dann logischerweise die Lieder der Revolution und alles, was danach kam. Wir wollten aber auch das neue Lied Chiles repräsentieren. Und ich weiß auch noch wie heute, dass ich damals extrem gesucht habe und mich kundig gemacht habe, was gibt es in Chile an neuem politischen Lied, an neuem gesellschaftskritischem Lied auch. Die neuen Baden, so nennen die sich da auch. Und da bin ich dann letztlich hängen geblieben bei Pasquala Iabaca und ihrer Band. Eine ganz tolle junge Frau, die ganz modern Musik macht. Die ist in Spanien geboren, weil ihre Eltern im Exil waren nach dem Putsch. Und ging dann aber, oder ihre Eltern gingen, als sie geboren war, nee, als sie zwei Jahre war, ging die dann zurück nach Chile. Das heißt, die ist dann wirklich, sie ist ein 85er Jahrgang und ab 1987 ist sie dann in Chile aufgewachsen. Und es war sehr, sehr beeindruckend. Also erstens ist es eine tolle junge Künstlerin, ganz frisch, ganz tolle populäre, tolle Musik mit Einflüssen aus der ganzen Welt macht sie. Kann man ja im Netz vielleicht mal gucken und hören. Aber sie ist auch eine sehr nachdenkende Frau. Wir haben dann auch noch eine große Diskussion gemacht, auch zu sehen im Internet. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat das aufgezeichnet. Das ist dann noch zu finden. Und da beschreibt sie aus eben ihrer Sicht, und sie war ja vor zehn Jahren gerade mal Ende 20 mit dem Jahrgang 87. Und dann hat sie aus der Perspektive einer wirklich sehr jungen Frau die Situation in Chile 2013 geschildert und alles, was sie eben wusste aus den Erzählungen ihrer Eltern. Und auf dem Podium saßen auch zwei von Kila Payone. Die haben dann aus ihrer Sicht sozusagen das alles nochmal reflektiert. Und noch ein Journalist und Barbara Thalheim, die übrigens gerade in dem Moment 2013 aus Chile zurückkam. Sie war da vier Wochen zu einem Besuch und hatte sozusagen die Fremdsicht auf die Situation vor zehn Jahren in Chile, die durchaus nicht leicht war. Also da ist noch viel gewesen von Pinochet, wie sie erzählt hat. Andere sehen das anders. Es gibt natürlich immer verschiedene Sichten auf die Dinge. Aber das haben wir also intensiv weiter verfolgt, auch durch das Festival Musik und Politik, was in Chile sich entwickelt hat. Und das finde ich sowieso das Interessante. Natürlich einerseits die Erinnerung an vor 50 Jahren, die ich nicht wirklich habe, wie ich schon gesagt habe. Aber dann später, so ab zweiter Hälfte der Siebziger, ging es bei mir dann los. Und sich aktuell mit solchen Veranstaltungen wie vor zehn Jahren, die übrigens Victor Jara Presente hieß. Victor Jara Presente. Das geht mir gar nicht mehr so locker über die Lippen, wie man gerade merkt. Aber Victor Jara war präsent. Zumal er auch ja ein Teil von Kila Payone war. Und die Kielers, wie wir ja liebevoll sie nennen, die haben auch davon erzählt, wie das war, als er bei ihnen war und damit Zeitlang auch Chef der Gruppe Kila Payone war. Ja, das sind so Erinnerungen, die leben weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was auch mich geprägt hat. Diese, ich sage es jetzt mal etwas weiter, lateinamerikanische Kultur, nicht nur Chile, aber alle anderen Länder auch, die uns als DDR-Bürgern ja sehr nahe war. Und musikalisch ist das sowieso was, was mich sehr begeistert. Immer wieder, noch heute. Der Pueblo unido, jamás será vencido. 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 Untertitelung des ZDF, 2020